Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie jetzt warten, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, mein Gott, ist das einfach gelaufen! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzurestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feindlinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinder, weil ich denke, das ist doch ein Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakadamien zugebracht haben, nur um zu laden, wie mein Messer ein Glabel hält! Jahrelang hat das Militäärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich gehen, nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Bild werden sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhige dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, erfen Sie sich bewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Zwischenreich wird, Wasser ¡grid! Ich komme jetzt mal aus Millennium Rasmus. Vielen Dank.